Heute geht's zur ersten Havernshow. Wir stehen jetzt hier schon vor dem Mercedes-Benz Fashion Group. Und gleich geht's auch schon los und Jasmin ist wieder am Start. Danke. Bist du die Initiatorin von dem Blogger Bazaar? Genau. Ich bin eine der Mitgründerinnen vom Blogger Bazaar und auch die Veranstaltungen. Und ich durfte schon sehr viele Blogger begrüßen. Hi! Ich bin die Dea und ich bin die Laura. Wir sind aus Wien hier und haben gemeinsam einen Fashion Group, der Factory Fan heißt. Hallo! Heute sind wir auf einer Messe. Sag mal Hallo! Aquamarine, wo sind wir denn heute? Wir sind auf der Bride... wie sagt man das? In der Messe? Ja, Bride Messe. Streetwear Messe. Und ja... Soll ich mal um? Komm mal um, was so groß ist. Genau! So, wir sind jetzt hier beim Fashion House von Salah. Sando. Richtig geil. Rusty Urban. Ich bin gerade richtig begeistert. Es ist voll schön hier. Total cool. Und so leer. Und die Mucke. Und die Mucke ist cool. Meine Füße tun weh. Wir sind auf dem Weg wohin? Sie weiß es nicht. Wir fahren jetzt zum Blogger-Café am Checkpoint Charlie und dort treffen wir hoffentlich noch andere coole YouTube-Bloggerinnen oder auch Bloggerinnen. Oder auch Bloggerinnen. Vielleicht sind es ja deine Ösi-Freunde wieder am Start. Ich denke schon, ja. Eben waren wir bei Vela und ich habe mich mal backstage umgeschaut, wie die Vorbereitung so ausschaut für die Isabelle de Hillerin. Isabelle de Hillerin Show. Aber wir haben jetzt keine Zeit mehr und jetzt fahren wir zum Blogger-Café. Und wir sehen uns gleich wieder. Moin, ich bin Gabina von Neugabina und wir sind hier auf dem Blogger-Café. Wo ist das? Oh, hi. Ich habe heute jemanden dabei. Hallo. Dann wachst du dich bei der Show für Neugolan und wir gehen dann auch gleich rein für unsere YouTube-Partner. Bist du wachst du dich auch ab? Ich bin auf der Fashion Week. Und? Ja. Los. Die ziehen sich jetzt gerade hier rum und probieren gerade ihre Schuhe an. Das ist total interessant zuzusehen, wie das hier so funktioniert. Und die Schuhe sind echt riesig. Jetzt ist die Alex mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.